diese liebes reunion hat uns wirklich das jahr 2023 versüßt was haben wir bei louis mark weinmann und moritz lennart borchardt mitgefiebert erst die escort eskapaden dann die trennung bei den beiden war wirklich einiges los aber was waren denn eigentlich die persönlichen highlights von mark und lennart und wie geht es 2024 privat und im leben von lomo weiter das verraten die beiden gzs z stars uns ganz ausführlich im interview kleiner spoiler es wird viel passieren im nächsten jahr für lennart borchardt gab's 2023 viel liebe bei gzs z und privat was waren eure highlights 2023 privat und für eure rollen lennart borchardt oh gott es ist so viel passiert in dem jahr ich muss das erst noch alles verarbeiten ich fange mal von ganz vorne und privat an ich bin so unbeschreiblich dankbar und glücklich bei gzs z zu sein jedes jahr aufs neue freue ich mich auf das drehen zudem habe ich auch die tollste frau auf der welt dieses jahr für mich gewinnen können was für mich das absolute highlight 2023 war natürlich haben wir auch nachwuchs bekommen ace der kleine havapu hat sich in unser leben geschmust und dafür bin ich auch sehr dankbar bei meiner rolle moritz war es hingegen eher ein auf und ab ich kann sagen dass genau wie bei mir privat auch bei moritz das highlight die liebe war wir beide hatten einfach ganz großes glück mark weinmann das jahr 2023 war in vielerlei hinsicht ein highlight für mich sowohl privat als auch für meine rolle als luis die auswahl fällt schwer da es so viele persönliche höhepunkte gab für meine rolle steht definitiv das wieder zusammenkommen mit moritz im mittelpunkt die erneute liebe und die offene aussprache zwischen den beiden waren zweifellos die schönsten momente privat durfte ich zahlreiche höhepunkte erleben von kleinen ausflügen mit freunden bis hin zu neuen bekanntschaften und bleibenden erinnerungen ein besonderes highlight war die möglichkeit im sommer mit meinen ehemaligen jugendleitern eine jugendfreizeit zu organisieren und zu leiten was immer eine nostalgische und erdende erfahrung ist